Die von den Medien verschwiegene Wahrheit. Das sind die Wahlergebnisse in Neuruppin, 30% für die Alternative für Deutschland und 12% für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Da hat die linksradikale Hetze und Ausgrenzung der Omas und Opas und kleinen Gören im Auftrag der Jugendclubs und Schulen nichts geholfen. Auch der versuchte Wahlbetrug in den Wahllokalen in Neuruppin hat nicht geholfen, den Altparteien den Rücken zu stärken. Ja, wir Wähler haben es gemerkt, mit euren indirekten Äußerungen, eurer Hetze in den Wahllokalen und euren Bespitzelungen, wer welches Kreuz macht. Aber ihr habt genau das Gegenteil erreicht. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, liebe Altparteien. Mit euren narzisstischen, rechtsradikalen Aktionen gegen freiheitlich denkende und hart arbeitende Menschen in diesem Land habt ihr euch ein Eigentor geschossen. Jetzt habt ihr bekommen, was ihr nicht wolltet und ihr habt es für eure kriminelle Art und Weise wirklich verdient. Alternative für Deutschland und Bündnis Sarah Wagenknecht sind die großen Gewinner der Wahl in Neuruppin in Brandenburg. Diese Wahrheit wird von den durch Vetternwirtschaft und korrupte Regierung gesteuerten Medien in Neuruppin totgeschwiegen.